Na dann schauen wir mal, was diese Basaltsteine hier für uns vorrätig halten. Bisher gar nichts, offenbar. Auch okay. Erstmal. Okay, ich designate das erstmal zum abbauen und das ist in Ordnung. Okay. Okay. So. So. Das ist jetzt 25. Das ist jetzt 25. Das ist jetzt 25. Okay, ich würde ja sagen, einen tiefer erstmal noch, bevor man... Bevor man richtig sucht... Dann sind wir 1 unter 25. Man weiß ja nicht, ob es dann 25 oder 26 losgeht. Das ist ja immer so eine Sache dann, wenn die Grenze 25 ist, ob dann 25 oder 26 losgeht. Falls die Grenze 25 ist. Was ich auch nicht weiß. Aber es scheint eine sinnvolle Vermutung zu sein. Sagen wir so. Ach nee, die Ecken sind... Nicht richtig ausgeleuchtet. Bedeutet nochmal Fackel. Oh, wir haben... Emusvoll. Female Emusvoll. Na dann können wir jetzt wohl viele Geburten erwarten. Würde ich behaupten. Die haben bald schon ins vierte Jahr. Ja. Das wird interessant. Auf der Ebene kann man dann ruhig mal ein bisschen suchen, würde ich sagen. Gut. Da ist... Okay. Da ist... Aha. Okay. Was man natürlich macht, gut machen... hier ist... ähm... Sich davon fernhalten erstmal. In erster Linie. So. Dann mache ich so. Hier auf. So. Und ... aus. Musik. Na, oder dahin? Komm, dahin. Okay, bin ich mal gespannt, ob sie irgendwas entdecken. Ansonsten hier wieder runter. Auch noch eine Möglichkeit. Da ist noch ja, ein Abstand. Okay, und was hier hinten kommt, gut. Da würde ich ja fast sagen. Hier können sie gerne zumachen. Und das hier ist Silber. Okay. Wo ist hier? Da ist die nächste Hölle. Okay, die ist die ganze Ecke weg, rufen mal. Okay. 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 Dann ernten wir hier ein bisschen Silber ab. ist ja nicht. Ist ja nicht, spricht ja nichts dagegen. Behaupte ich mal. Oh, noch mehr. Na schön. Sehr schön. Sehr schön. Wenn auch nicht ganz das, was ich unbedingt... also... ist jetzt nicht... also... ja, sehr schön. Schön eigentlich. Also... muss ich schon... freut mich. Silber, schön. Silber, gut. So sieht's aus. So sieht es aus. Ich muss, glaube ich, hier mal noch wieder was schlachten. Ich muss, Leute. Ja. Muss ich. Muss ich definitiv. Ich muss, glaube ich, hier mal wieder was schlachten. Okay. Möchtung. Vielen Dank.